100 days of practice 100 tage jeden tag ein übungsvideo was habe ich in der zeit gemacht fingertechnik tunest du ich musste tunest du ich wollte vom blatt spielen also eigentlich war von allem ein bisschen was dabei und sicher kann es einigen vielleicht geholfen haben zu sehen wie man gewisse dinge üben kann andererseits denke ich mal vielleicht hat es auch zur unterhaltung gedient und ich habe mich jedenfalls sehr über die aufmerksamkeit über die vielen likes und dergleichen gefreut wenn ich ein video gepostet habe doch jetzt müsst ihr auf das tägliche posten erstmal eine weile verzichten der tune of the week bleibt natürlich und es gibt auch wieder schon wieder neue ideen aber erstmal muss ein bisschen pause vom täglichen posten gemacht werden aber trotzdem 100 days of practice wie habe ich es selbst empfunden ja es war so am anfang bis june 50 oder bis video 50 fiel mir ständig irgendwas neues ein und da war ich natürlich auch immer sehr motiviert und dann langsam hat man sich schon gedacht na es könnte jetzt langsam mal dem ende zu gehen denn was soll ich noch groß machen sicher ich hatte mir überlegt zeige ich jeden tag was neues oder bleibe ich an sachen hängen und zeige wie sie sich verbessern wenn ich sie übe dann habe ich gedacht naja gut das wird vielleicht langweilig wenn ich zehn videos lang kronos übe also dann vielleicht immer wieder ein bisschen was neues natürlich ist es so dass das video alleine nicht meine übungen widerspiegelt weil natürlich übe ich die sachen die ich zeige auch öfter also wie die ganze fingertechnik und die tunes natürlich auch und ansonsten muss ich sagen es war wirklich eine challenge und so dieses dieses durchhalten das ist natürlich auch schon etwas besonderes und ich denke ganz ganz viele machen es 100 days of practice ohne sich zu filmen andere wie man bei den videos sieht unter dem hashtag 100 days of practice da sieht man dass die leute ganz fleißig sind und ich glaube wenn ich das so richtig gesehen habe die meisten das sind streicher pianisten blasinstrumente also jetzt hier blech blasinstrumente saxophon habe ich gesehen aber ich glaube dudelsack mäßig bin ich da wohl die einzige oder ich habe keine anderen gesehen ich weiß dass zum beispiel auch andere dudelsack spieler das machen teilweise mit und ohne filmen und ich habe aber sonst auf instagram oder facebook oder so weiter noch keine weiteren gesehen auf jeden fall es hat mir insgesamt ganz viel spaß gemacht und ich kann es eigentlich jedem empfehlen weil gewisse fingerfertigkeiten auch wenn man wirklich wenig zeit zum üben ist man hat zehn minuten eine viertelstunde jeden tag etwas getan und gewisse diese fingerfertigkeiten bleiben so erhalten bilden sich aus so dass man wirklich jeden tag seine finger auf dem practice center und oder auf der pipe beschäftigt sah so es ist ganz interessant auch vielleicht zu hören wie das einzelne empfunden haben von euch die das jetzt geguckt haben war ich irgendwann langweilig fandet ihr sachen doof hättet ihr euch irgendwie andere sachen vielleicht noch gewünscht oder oder fandet ihr das ganz toll oder wie auch immer also wenn ihr etwas konstruktives zu hinterlassen habt dann schreibt es gerne unten in die kommentare rein weil mit feedback kann man ja auch eventuell dinge die man tut verbessern oder verändern schreibt einfach eure eure wünsche gedanken dazu ich denke mal eine hand wird der soft practice challenge wird es so schnell nicht mehr geben von mir höchstens vielleicht nächstes jahr aber es ist halt die frage ist es wirklich sehr zeitintensiv ich musste teilweise andere sachen liegen lassen es ist ja so ich nehme das video auf ich gehe zur kamera besser gesagt zum handy drücke da drauf und wie auch immer setze mich gerade hin und was auch immer da schneide ich natürlich am anfang weg und genauso wie am ende wenn ich das ding wieder ausmache und all solche sachen das musste ich video programm dann muss es gepostet werden an drei stellen youtube facebook und instagram habe ich gepostet für instagram muss es verkleinert werden und diese ganze sache die brauchen natürlich auch zeit und so sitze ich eigentlich habe ich jeden tag für ein bisschen video was vielleicht zehn bis 15 minuten oder wenn es hoch kam auch mal 20 minuten gedauert hat habe ich vielleicht eine stunde bearbeitung gesessen also inklusive aufnahme natürlich und das ist jedes mal und man muss halt jeden tag wirklich daran denken dieses video zu machen aber es ist einerseits wirklich bin ich ja ganz froh dass es jetzt vorbei ist und ich erst mal eine pause habe vom täglichen posten andererseits natürlich ist es auch wirklich so ein ding es irgendwie wächst man auch daran wenn man sich ein ziel setzt eine challenge setzt dann wächst man irgendwo auch daran wenn man diese challenge durchhält und ich kann es einfach auch nur jedem empfehlen es ist völlig egal ob ihr euch findet oder ob ihr euch nicht findet jeden tag zehn minuten viertel stunde üben bringt oft mehr als einmal in der woche die tief das mammut üben so und ich freue mich natürlich auch viele viele neue sachen wieder und werde auch bald wieder etwas neues bringen jetzt könnt ihr euch erst mal daran erfreuen dass jeden sonntag der tune of the week kommt also jetzt kann ich wieder sagen bis dann